Herzlich Willkommen zu die 5 gruseligsten und mysteriösesten wahren Geschichten. Wie schon in der Top 10 Liste davon werde ich hier wieder 5 Geschichten aufzählen, die alle wahr sind. Viel Spaß! Roy Tom kam eines Samstagmorgens an den Küchentisch und sah dort bereits seine Mutter und seine Schwester sitzen. Beide sahen extrem merkwürdig aus und sie guckten ihn so seltsam an. Alles schien ganz normal, bis Toms Mutter ihn fragte, was letzte Nacht los war. Tom wunderte sich über diese Frage, da seiner Meinung nach überhaupt nichts in der Nacht passierte. Doch dann erzählte seine Mutter ihm, dass er mitten in der Nacht anfing, wie verrückt einen Namen zu schreien. Immer und immer wieder schrie er Roy, Roy, Roy. Tom erinnerte sich weder, dass sie letzte Nacht schrie, noch dass er irgendjemanden kennt mit dem Namen Roy. Doch seine Mutter war noch nicht fertig. Sie sagte, dass sie versuchte ihn zu beruhigen und fragte, wer Roy ist. Daraufhin schrie Tom immer und immer wieder, dass Roy ein böser Mann ist. Erst eine lange Zeit später konnte er wieder einschlafen. Auch wenn alle in der Familie beunruhigt waren, kam die Vermutung auf, dass alles nur ein simpler Albtraum war, da er auch noch nie zuvor von einem Roy gesprochen hatte und er recht abwesend schien. Ab dem Tag geschah erstmal nicht viel, bis zu einem Zeitpunkt, wo Tom bereits auf dem Unigelände lebte. Es war ein Tag, kurz bevor seine Eltern aus dem alten Haus ausziehen wollten. Nach dem Tag bekam er eine Videodatei von seiner Mutter per E-Mail, öffnete sie und zu sehen war, wie seine Mutter ihm das leere Haus zeigte. Sie ging durch alle Flure und zeigte, was sie alles schon ausgeräumt haben, in Kartons gesteckt, wo sie sie hingestellt hatten und so weiter. Als Tom schon gelangweilt war, zeigte seine Mutter ihm etwas Seltsames. Sie ging auf den Dachboden, wo sonst immer die alten Weihnachtsgeschenke waren, die für die Kinder dort versteckt wurden. Sie sagte in die Kamera, dass sie etwas gefunden hatte, was Tom vielleicht interessiert. Sie hielt die Kamera in einen kleinen Gang auf dem Dachboden und leuchtete mit einer Taschenappe rein. Was Tom da sah, schockierte ihn. Auf der Wand am Ende des Ganges waren Kinderzeichnungen, welche mit Wachsmalstiften geschrieben wurden. Zu sehen waren irgendwelche schlecht gemalten Personen und ein Name, der immer wieder auftauchte. Überall stand Roy. Bis heute ist nicht klar, wer Roy ist, doch scheinbar kannte Tommy schon das ganze Leben. Der Mann im Wald Paul war mit seinen Freunden im Wald in der Nähe eines Dorfes campen. Sie taten dies oft dort, da sie diese Gemeinsamkeit liebten und dass sie einfach mal reden konnten. Sie gingen immer zu demselben Punkt campen und sie blieben extrem lange wach, wie es halt so ist. Gerade als die Sonne anfing unterzugehen, saßen sie gemeinsam vor dem Lagerfeuer und unterhielten sich. Bis der Junge, der gegenüber von Paul saß, auf einmal schrie, Wer sind sie? Alle drehten sich um und im Wald stand ein seltsamer, großer Mann, der sie beobachtete. Er guckte sie die ganze Zeit an und hielt einen großen Stein in seiner Hand, aber er bewegte sich kein Stück. Sie alle waren in Schock, aber griffen ihre Taschenmesser und zeigten somit dem Mann, dass sie bewaffnet sind. Daraufhin ging der Mann langsam zurück, tiefer und tiefer in den Wald, bis sie ihn nicht mehr sehen konnten. Doch der Mann ging nicht in Richtung Dorf. Das heißt, er musste irgendwo im Wald noch stehen. Die Jungs waren extrem verunsichert. Doch schlimmer wurde es, als der Junge, der ihn entdeckte, meinte, dass er schon öfters dachte, einen Mann im Wald gesehen zu haben. Er habe diesen Mann aber immer wieder aus den Augen verloren und dachte somit, dass er sich vielleicht eingebildet hatte. Bis heute ist unklar, wer dieser Mann überhaupt war. Doch scheinbar beobachtete er die Kinder schon eine ganze Zeit. Das Radiosignal Timothy suchte eines Tages im Keller seines Vaters ein bisschen rum. Er fand viel altes Zeug, was früher seinem Vater gehört hat, als er noch ein Kind war. Doch auch Sachen, die anscheinend seinem Großvater gehörten. Unter anderem fahrt er nämlich ein sehr altes Radio. So eins, bei dem er noch selber nach Frequenzen suchen musste, um überhaupt ein Signal einzufangen. Timothy liebte dieses Radio, auch wenn er natürlich nicht verstand, welche Signale er jetzt suchen muss, damit er überhaupt was empfängt. Manche Tage saß er stundenlang an diesem Radio und drehte immer wieder den Frequenzknopf. Doch eine lange Zeit fand er einfach gar nichts. Er hörte immer nur das gleiche stetige Rauschen. Eines Tages sollte sich das aber ändern. Als er gerade anfing, wieder die Frequenzen zu ändern, wurde das stetige Rauschen auf einmal unterbrochen. Und zwar hörte er aber einer Frequenz ein Knistern und manchmal auch knackende Geräusche. Doch leider brach bei diesem Signal ganz schnell die Verbindung ab. Er wusste, dass in der Nähe dieses Frequenzbereiches irgendwo etwas sein musste. Also gab er sich die größte Mühe und drehte immer vorsichtiger am Rad und versuchte, die Frequenz so zu verstärken. Und tatsächlich fand er ein gutes Signal, wo jemand mit ihm sprach. Es dauerte eine Zeit, bis er verstehen konnte, was der andere zu ihm sagte, doch dann hörte er es ganz deutlich. Auf der anderen Seite des Signals sagte eine Stimme immer und immer wieder, wir sind längst tot. Wir sind längst tot. Wir sind längst tot. Aus Angst warf er das Radio runter. Es war nicht kaputt, aber bis heute fand er diese Frequenz nicht wieder. Es ist nicht klar, wer dort zu ihm sprach. Antworte nicht. Steve hat einen kleinen Sohn namens Hunter. Hunter war ein wirklich extrem schreckhaftes Kind, welches häufig von Albträumen geplagt war. Immer wenn er einen Albtraum hatte, schlich Hunter von seinem Bett aus in das Bett seines Vaters und schlief dort die Nacht über. Er fühlte sich dort einfach viel sicherer, wie das bei Kindern nun mal so ist. Manchmal rief Hunter auch nach seinem Vater, wenn er sich nicht mal traute, aufzustehen und durch den Flur zu gehen, weil er Angst hatte, jemand wäre da in seinem Zimmer und würde ihn schnappen, wenn er aufsteht. Selbst manchmal am Tag redete Hunter davon, dass Personen in seinem Zimmer waren. Doch sein Vater stempelte das alles ab als irgendeine blühende Fantasie von seinem Kind. Doch in einer Nacht geschah etwas Seltsames. Mitten in der Nacht wachte Steve auf, weil er meinte, etwas gehört zu haben. Er konnte es noch nicht zuordnen, also horchte er ruhig und hörte es schon wieder. Es klang ähnlich wie sein Sohn, doch anstelle, dass er ihn mit Dad oder Daddy rief, nannte er ihn bei seinem vollen Namen. Sowas hatte Hunter noch nie getan. Steve machte sich auf den Weg zu seinem Sohn und dachte über die Stimme nach, die er gehört hatte. Er öffnete vorsichtig die Tür und bemerkte, dass Hunter tief und fest schlief. Er ging zu ihm und weckte ihn auf und fragte, was denn genau los ist und wieso er gerufen hatte. Hunter sah ihn mit großen, leeren Augen an und sagte, Du darfst nicht antworten, wenn sie dich rufen. Und wenige Sekunden später schlief Hunter einfach wieder ein. Steve schlief diese Nacht nicht und passte die ganze Zeit auf seinen Sohn auf. Als er Hunter am nächsten Morgen darauf ansprach, konnte Hunter sich an rein gar nichts erinnern. Wer ist in meinem Keller? Scott lebte zusammen mit seinen Eltern in einem recht großen Haus. Sein Zimmer war im oberen Stockwerk, doch meistens war er abends im Keller, da dort seine Spiele, Konsolen sowie sein PC stand. Seine Eltern hatten diese sozusagen dorthin verbannt, weil sie sehr früh schlafen gingen und der Krach sollte sie nicht wecken. Scott machte das nichts aus und er war eigentlich ganz froh darüber, dass er im Keller seine Privatsphäre hatte. Eines Abends, als er GTA 4 mit einem Freund spielte und mit ihm über Skype sprach, hörte Scott plötzlich Geräusche, welche überhaupt nicht zu GTA passten. Er spielte das Spiel auf voller Lautstärke, deswegen musste er erstmal sein Headside abnehmen und genauer hinhören. Als er das Headside abnahm, hörte er einen Rauschen. Er konnte dieses Rauschen nicht genau zuordnen, doch er stand von seinem Stuhl auf und suchte danach. Er fand heraus, dass dieses Rauschen von einem uralten Radio stammt, welches seit über 10 Jahren nicht mehr genutzt wurde. Er rannte zu dem Radio und machte es aus. Er hatte Angst, dass diesen Krach seine Eltern wecken könnte und die dann böse werden. Als er jedoch gerade dabei war, das Radio auszumachen, fiel ihm etwas auf. Dieses Radio stand erst wo ganz anders. Jemand muss es dort hingestellt haben, es eingesteckt und sie hätten es auch anstellen müssen. Aus Angst, dass jemand in Scotts Nähe war, machte er sofort sein PC aus und rannte hoch in sein Bett. Dort warteten seine Eltern und wollten wissen, was das überhaupt für ein Krach war. Er erklärte es ihnen kurz, dass er aus Versehen gegen ein Radio gekommen wäre und ging dann schlafen. Er dachte nicht, dass seine Eltern glauben würden, dass jemand das Radio einfach verstellt hat. Eine gewisse Zeit nach diesem seltsamen Vorkommen geschah nichts Seltsames und seine Eltern entschieden sich, den Keller auszubauen, dass er nicht mehr so karg aussah, sondern auch ein bisschen besser verkleidet war. Sie hatten ihn schon sehr gut vergrößert, doch ein Raum war noch nicht ganz fertig. Wie das bei halbfittigen Räumen so ist, wurde er die Türen mit weißer Folie zugehängt. Als Scott diese Nacht wieder an der Konsole spielte und mit seinem Freund redete, hörte er plötzlich etwas deutlich seltsameres. Er setzte sein Headset ab und hörte, wie ein kleines Mädchen mehrmals sagte, da, 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 da. Sie tat es immer wieder. Sie sang es schon richtig. Er sah sich um und die Geräusche kamen direkt aus dem unfertigen Raum. Das Ganze war zu viel für ihn. Er rannte hoch in sein Zimmer und meinte, als er in der Tür vorbeilief, jemanden dort drin gesehen zu haben. Doch er war sich nicht sicher. Als er die Tür des Kellers zumachte, konnte er auch den Gesang nicht mehr hören. Bis heute ist nicht sicher, wer in diesem Keller war. Auch nach Fertigstellung des Zimmers wurde kein Mädchen gefunden. Doch seltsame Sachen geschahen weiterhin in diesem Keller. Untertitelung des Zimmers